Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ember und los geht's! Okay. Ah. Ich hoffe, ich fliege richtig. Ich fülle da durch. Wieder sehr schön gemacht. Oh. Gott. Warte. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Absturz. Nein, ich bin hier, glaube ich, falsch. Warte. Wo muss ich denn hin? Ich bin überfordert. Ach, hier. Hi. Leute. Wartet mal auf mich. Wo ist denn hier? Der Witz. Ich dachte, es würde hier lang gehen. Oder komme ich irgendwie höher? Jetzt habe ich mich so von den Szenen mitreißen lassen. Dass ich gar nicht weiß, wo ich jetzt eigentlich hinwolle. Ich habe das Gefühl, höher komme ich nicht. Das sieht gut aus. Besser als die Wand. Und dabei zu dem fünften, fünften Kapitel. Ach, und erscheint in der Wüste. Okay, wo soll ich hin? Alter, das sind so mega fette Gebiete. Hi. Na? Bitte was? Dinge rammen? Äh, nee, jetzt hab ich mich einfach nur... Was soll ich denn hier rammen? Okay, das mit dem Rammen muss ich irgendwie noch... Ja, da muss ich mich irgendwie noch ausprobieren. Hier, er kann das. Ja, ich bin stolz auf dich, ne? Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ganz toll. Vielleicht lerne ich das ja auch noch. Wie machen wir das denn? Ah, alles klar. Jetzt geht das wieder nicht. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Musik 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 Das war es dann auch schon, muss ich hier hin? Musik Alles klar, ja muss ich Musik 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 ah ich komme und da sind wir schon ich könnte hier durchschwimmen ich habe ja immer so eine doofe Befürchtung dass ich immer ganz viele Relikte zurücklasse wenn ich hier solche Aktionen habe sieht schön aus hier so an der Oberfläche cool ich glaube wir bleiben erstmal ein Fisch ich glaube das war schon warte mal eben hier hoch stehe ich nicht ganz so tief im Wasser ok danke schön sind das Gräber das ist schrecklich das müssen hunderte Leichen sein vielleicht sogar tausende sind das die Matschuruku was ist hier geschehen du hast noch ein Feuer entfacht es war pure Absicht dass sie es sehen oder hast du sie irgendwo hingelockt vielleicht sollten sie etwas sehen vielleicht wollte sie etwas damit klar machen ich weiß es nicht ach hier finden wir hier wenigstens noch irgendwie ein Relikt oder sowas wäre ja schon toll das ist natürlich auch wieder so ein mega fettes Gebiet das scheint mir nicht so gut dann gehen wir mal wieder hier an Land ich bin ne kleine Schildkröte ach du meine Güte bist du langsam ja so im übernächsten Part sind wir dann auch durch die Wand hier er will auch noch mit ich hab mich versteckt guck guck komm mal wieder raus ach ist das schön kannst du auch schneller laufen ne schneller geht nicht ich hab mich ich hab mich ich hab mich guck pik gucken wir mal wie lange wir brauchen bis er da ist ah ist das schön also wenn ich jetzt noch nach Relikten suchen will dann ja dann wird das ein bisschen dauern glaube ich wir machen das mal so Aber sehr cool. Ich weiß gar nicht, sind die im Wasser schneller? Ich glaube schon, ne? Sicher bin ich mir da jetzt aber gerade nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Schildkröten. Oh Gott. Was ist das hier? Ne, okay. Wir gehen mal zur Wand. Wir schwimmen zur Wand. Okay. Oh mein Gott, da steht ein Elefant. Können wir uns in einen Elefanten verwandeln? Das wird immer krasser hier mit den Tieren. Auch was das für eine Auswahl hier ist, ne? Das ist schon echt... Ich finde das echt cool. Das sind nicht nur so, ja, zwei, drei Tiere, die du eventuell machen könntest. Das sind schon echt ein paar mehr. Finde ich super. Dann gibt es da wieder Enten. Oh, wie hast du das gemacht? Warte mal, warte mal, warte mal. Nice! Ich bin ein Gigant. Wie hast du das denn gemacht? Reicht das auch einfach so? Oh, das ist ein bisschen langsamer. Ab durch die Mitte. Ich büchse mal kurz aus, ja? Wollen wir mal eben gucken. Voll gut. Ja. Was ist das hier? Das sah so komisch aus. Okay. Ist aber nichts. Okay. Okay. Ich will das auch machen mit dem Rüssel. Wie macht ihr das? Wie, wie? Folgen wir den Elefanten und sehen, wohin sie uns bringen. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich wollte doch auch mit Wasser spritzen. Folgen wir den Elefanten und sehen, wohin sie uns bringen. Ich würde sagen, es wird eng hier. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen, Hilfe. Huch, oh mein Gott, Hilfe. Toll, wie komme ich denn jetzt an diesen Pilz ran? Wie der Elefant da steht. Ach, und F. Warte mal. Hm. Tja, dann würde ich mal sagen, stelle ich den Elefanten dann irgendwie hier so hin. Ich mag den da nicht so im Wasser lassen, Mensch. Aber ich muss ihn im Wasser lassen. Kannst du da mal eben irgendwie so rauf? Oh, warte mal, wo war denn der Pilz? Hier nicht. Da ist der Pilz. Wird mir doch gar nichts. Komme ich denn an diesen verdammten Pilz ran? Yes! Danke. Ja, schnell wieder ins Wasser. Och, guck mal. Wer kann das? Okay. Ich glaube, ich muss hier durch. Einen anderen Weg wüsste ich jetzt gerade nicht. Sieht gut aus. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Geht bestimmt auch eleganter. Warte, wo bin ich denn jetzt? Danke. Ich bin ein... ich weiß nicht. Ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen. Ist auch wurscht. schon wieder bei 19 Minuten, ne? Das geht so schnell hier. Ah, guck mal. Fünnen. Eins. Danke. Und da oben ist auch noch einer. Warte. Ich hoffe, ich komme da ein bisschen leichter ran. Wir sehen gerade mit dem Fisch. Oder auch nicht. Ach, das ist gemein. Okay, muss ich mir merken. Weiß ich nicht, wie ich hier sonst rankommen kann. Springen kann er nicht. Ich glaube, das schafft der Wolf auch nicht. Das war ein Faultier. Sehr hübsch. Dummerweise ist das Faultier etwas langsam. Aber sehr cool. Wie komme ich an diesen Pilz? Das finde ich aber doof. Mit dem Faultier vielleicht. Und ich habe eine Legende gefunden. Ich habe eine Legende gefunden. So, ich muss jetzt mal wissen, wie funktioniert denn das hier? Genau, fortbewegen, fortbewegen. Das stimmt hier gerade mit der Kamera nicht. Das ist gerade ein bisschen anstrengend. Sie flückt ständig weg. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Das ist Kacke. Okay. Uh, ja. Komme ich hier denn auch wieder raus? Ja, das ist doof. Das ist wirklich doof. Vor allem, wenn ich jetzt nicht an irgendein anderes Tier kommen kann. Es kam mir eben schon so komisch vor bei dieser Kamerabewegung hier, weil ich wollte ihn eigentlich bewegen und das hat nicht geklappt. Also es hat schon geklappt, aber nicht so recht. Das ist ein Tier, was nicht Buggy ist. Oh, das ist ärgerlich. Kann sein, dass ich das nachspielen muss. Und dass wir ihn hier dann nicht kriegen werden. Kann der denn irgendwie... Er packt auch direkt in... Ja! Oh Gott! Danke! Ha! Ich darf meine Legende behalten. Nice. Goodie. Ich hab mir schon gedacht, dass irgendwann so etwas kommen wird. Aber naja. Was... Was soll's? Oh Gott, ist das richtig hier? Bin ich? Was soll das? Wieso ist das so? Ich hab schon lange kein Relikt mehr gefunden. Ich hab schon lange kein Relikt mehr gefunden. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Was ist das jetzt? Oh shit! Oh nein! Ein Sandsturm. Lauf, Wolf, lauf! What? Äh, lauf, lauf, wohin? Wohin soll ich laufen? Eigentlich wollte ich den Part beenden, aber gut, wir haben noch ein bisschen Action. Oh, wir müssen vielleicht, genau, werden beziehungsweise von denen nicht zertrampelt. Oha! Lauft! Nicht gegen mich! Oh Gott, echt jetzt? Ich sehe doch gar nichts. Hab ich verloren? Muss ich das nochmal machen? Hallo? Ähm. Ach du Scheiße. Was denn nun? Den kann ich nicht kaputt machen. Brauche ich auch gar nicht, ich kann da einfach durch die Mitte. Sehr schön. Ich sehe gerade nicht so sonderlich viel, ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist. Wie geht denn das hier mit dem Boxen? Oh, Leute. Ich glaube, ich muss auch den Part hier beenden. Aber das hat glaube ich noch gar nicht gespeichert. Man hat einfach eine scheiß Sicht. Zu planen? Nein, damit rufe ich ihn einfach nur. Oh! Oh! So ein Brocken. Okay. Ha! Moment. Ist mal schon ein bisschen hakelig. So. Jetzt. Mit dem Wolf komme ich hier aber durch, ne? Ja. Sehr schön. Okay. Wo lande ich jetzt? Gut. Die Erinnerung noch. Und dann verabschiede ich mich auch. Sind das wieder mehrere zusammenhängende? Wie begeistert er immer ist. Ich frage mich immer über was, was mit dem Machiruku passiert ist. Okay. Gut. Ähm. Es hat gerade gespeichert. Dementsprechend würde ich sagen, schnappe ich mir noch da den Pilz. Und werde dann jetzt auch beenden. Speichert es eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Pilz oder Co. gefunden habe? Ich weiß es nicht. Ach guck mal, hier sind auch wieder Büffel. Gut, dass ihr den Sandsturm nicht mitbekommen habt, meine Freunde. Okay. Dann werde ich mich hier jetzt erstmal verabschieden. Danke fürs Zusehen. Und mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und alle joking. ượt, wenn sie dich nicht werfen würde? Ich weiß es nicht. Bis dann.